Tassadar und der dunkle Templer Zeratul überlebten Kerrigans wütende Angriffe, ihre Templer-Armeen jedoch wurden dezimiert. Kerrigan sind zurückblieb, um die letzten Protos-Krieger auszulöschen, durchkämpfte das brennende Ödland von Char nach ihrer unsichtbaren Beute. In der Zwischenzeit wurde der gesamte erweiterte Zerg-Schwamm durch Raum und Zeit teleportiert und begann die seit langem erwartete Invasion der verhassten Protos-Heimatwelt Ayua. Darf ich dich hinsetzen? Ja, und jetzt die Invasion von Ayua, Zerg-Schwamm, weiter Orbit um die Protos-Heimatwelt Ayua. Meine Kinder, der Sieg wird entkürzer unserer Sein. Denn auf der Welt Ayua wird uns die stärkste aller bekannten Spezies in den Schuss fallen. Das wird uns zu den großartigsten Kindern der Schöpfung machen. Wir werden... ...erfetzt sein. Doch bevor ich mich auf dieser Welt manifestieren kann, muss der Weg bereitet sein. Ihr müsst die Kaidarin-Kristalle erobern. In diesem Grund eine Macht inne, wie sie sich die Protos in ihren kühnsten Träumen nicht erhofft hätten. Geh jetzt, mein Zerubrat. Beschaffe mir die Kristalle und bring schnelle Verdammnis über alle, die sich dem Schwamm entgegenstecken. Na dann. Also... Ach, so. Was müssen wir machen? Bring eine Drohne zu den Kaidarin-Kristall-Formationen. Okay. Klingt ja eigentlich relativ entspannt. Ist es aber nicht, weil dieses Level mache ich jetzt schon zum vierten Mal. Denn es... Der hat... Ich zeige euch gleich, warum. Nicht, dass ich euch jetzt irgendwie spoilern möchte oder so. Moment. Erstmal wieder... Das, was ich immer gerne mache. So. Ihr Kollegen. Geht mal da hin. Du, Kollege. Machst mal das hier. So. Weil da unten müssen wir hin. Da müssen wir eine Drohne hinbringen. Und die muss dann eine gewisse Zeit, ich glaube, fünf oder zehn Minuten, muss die da überleben. Problem an der Sache ist, hier sind drei Protoss-Einheiten. Ja. Und die sind nicht gerade ohne. Deshalb muss ich jetzt mal so schnell wie möglich gucken, dass ich den Protoss da jetzt ziemlich schnell dezimiere. So, was hat der? Sechstausend. So. Zack. Äh, du da oben hin. Brauchen wir noch wieder zwei. Du gehst mal da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. So. So. Äh, Griecher-Kolonie. Brutschleimpudel-Hämmer. Evolutionskammer-Hämmer. Dann brauchen wir noch einen Hydralisken-Bau. Wo ich eigentlich mit den Hydralisken jetzt relativ wenig machen will. Ich werde zwar noch ein paar Hydralisken machen, aber ich habe mir jetzt eine andere Strategie überlegt. Wie ich die drei Säcke hier wegkriege. Und das werdet ihr jetzt im Laufe des Spiels jetzt mal sehen. Äh, was war jetzt fertig? Äh, was war jetzt fertig? Ah, sehr schön. So. 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 Du da runter. Du da runter. Und ihr steht da ein bisschen dezent im Weg. So, der ist noch jetzt schön in der Entwicklung. Der ist noch in der Entwicklung. Zerklinge will ich eigentlich nicht machen. Nein, die interessieren mich nicht. Ich bin an was ganz anderem interessiert. So. So, nochmal drei Larve. Achtung. So. Das ist auch bald abgeschlossen. Das ist sehr gut. Gut. Das Hammer, das Hammer, das Hammer. Das kennt man noch, Uffraue. Du kommst da hin. Ihr zwei, ihr geht da hin. Ich werde mir das aber doch ein bisschen zu kritisch hier. Falls hier mich irgendwer ergreifen möchte. Sehr schön. Gut. Das könnte man eigentlich auch machen. Ja, fängt ja schon mal gut an. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Gut. Noch zwei O-Wern-Dos. Ja, 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 Mineralien Hier, da, Hü-Hot So Du kannst schon mal da runter So So Ich hoffe, dass das jetzt keine 2 Stunden dauert Gut Jetzt brauchen wir nochmal 3 von denen 3 von denen So kann ich nichts mehr machen Das ist noch im Aufbau Sehr schön Du kommst mal da hin Ihr geht da hin Äh, hallo Du Da hin Du da hin Gut Wohl eigentlich eine Königin Brauche ich eigentlich relativ Nett Aber Aber Egal So Der ist noch in der Evolution Der müsste auch bald fertig sein So, jetzt nochmal kurz Zwischenspeichern Ach komm Ach komm, mein Kollege Ja Äh, da brauchen wir noch ein paar Äh, da brauchen wir noch ein paar Sehr schön Sehr schön Äh, warte mal Das war Das da Du gehst mal da hin So Haltet hier mal Stellung Du gehst mal da hin So, jetzt haben wir hier Königinnen Nest Und ein schön Ach Gut Jetzt können wir das noch machen Was mach ich denn mit dir Eigentlich kann ich nochmal eine Griecherkolonie oder sowas aufbaue Okay Ich brauch mehr Verteidigung Ich könnte aber schon mal auch anfangen Die ersten Ja Genau Die ersten Mutalisken hinzubauen Weil die will ich jetzt als nächstes mal machen Die und dann die Wächter So Ihr geht mal da hin Und haltet hier Position Gut Das da Der ist noch in der Entwicklung Sehr schön Ja 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 Du mit deiner Overlord Gut Gut Da hin Und da hin Und ihr drei Ihr geht mal da hin Sehr schön Das ist noch in der Entwicklung Das ist noch in der Entwicklung Äh Wo Wo war Evolution abgeschlossen Hm Ich hab nix gesehen Gut Ist ja auch wurscht Wie viel haben wir jetzt hier Sechs Neun Wir brauchen mehr Bespiengas Och Gott Der steht auch nur im Weg rum Ach Das war Desto Das Eingraben Alles klar Gut Position halten So Zwei brauchen wir noch Anna Zwei Gut Dann hätten wir die schon mal fertig Sehr schön Sehr sehr schön Gut Steuerung Und Neun Die sind mal gestackt So Gut Das könnte ich eigentlich auch noch Desto machen Dass der sich ein bisschen vergrößert Geht mal da runter Nur für alle Fälle Ich hab nämlich keinen Bock auf Überraschungen Gut 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 Meine Nase juckt So meine Herren Was geht weiter Wie weit bist du? Sehr schön Sehr sehr schön Gut 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 Knut So Das machen wir noch Angriff Das kann ich noch nicht machen Ein Vergifter Was bringt der mir? Da bringt man ja gar nichts Davon können wir jetzt noch ein paar machen Die setze ich dann da runter Dass ich mal die ersten Wächter jetzt mache Schöne Sache So So Position halten Der evolutioniert noch Level 3 Das kenne ich dann noch für die Ultraliske mache Aber Damit warte ich noch ein bisschen Wichtig ist mir jetzt erstmal das hier Position halten So So Upgrade Der hat jetzt bei Level 3 Finde ich sehr schön Gut Jetzt nochmal kurz Zwischenspeichern Und Gut Gut Genau Das könnte man auch noch machen Warte mal Sammelpunkt Machen wir mal hier Äh Wie viel haben wir denn hier? Sechs Stück Ach du mit deine Overlords Das nervt mich so langsam richtig Overhängen sie Schweben nur faul rum Wie so paar Gasballons Gut 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 Nett Nett Gut Gut Nett Aufregel Schnellere Zerklingangriff Interessiert mich nicht Zerklinge Brauche ich nicht Müssen nicht sein Gut Gut Da kannst du mal bleiben So Geht's jetzt Boah Das dauert ewig So Position halten Gut Das ist bald fertig Da freu ich mich Das sieht so pervers aus Das Ding Gut Gut Bauen wir noch drei Dann hämmert schon einmal was Na los 我跟你 Gń We adventure Beg verdammt was zum geier äh, Steuerung und 8 das sind die und das sind die ich brauche einen Detektor, aber unbedingt ich hab da wieder was, irgendwas unsichtbares, hab ich hier rumfliege g'sehe und das hat mir gar nicht gefallen was, wo was kommt denn der her ne, das wird grad zu blöd wir laden nochmal kurz so jetzt hab ich hier die da gut brauchen wir noch 3 wir brauchen mehr Overlords du mit deiner Overlords, ey Evolution abgeschlossen sehr schön gut was machen wir das da noch dann muss ich mal gucken wo ich hier noch ne weitere äh na eine Vespinmine finde so hier verpisst euch mal äh, ihr verschwindet mal da oben so meine Herren schon nicht so leicht hier mit dem ne das wird schon nicht so leicht sonst wenn du weißt, dass er jetzt gleich hier um die Ecke kommt ne ich muss den ich muss den ausrotten das geht so nicht das geht so nischt neun plus eins also müsste ein Detektor her sonst seh ich nix äh, griecher Kolonie äh, setz mal mal da hin ja steht eigentlich noch gegenseitig im Weg rum Position halten 3 brauche ich noch dann werden die auch fertig so Sporenkolonie er kann aber auch von da oben kommen ja jetzt auf einmal kommt er wieder Scheiße das sind die Dinger wieder was ey also das Freunde fand ich gar nicht nett so, äh Steuerung und 8 9 haben wir hier 8 haben wir hier toll der hat den kaputt gemacht Schrott das ist doch echt Steuerung und 8 ne so nächster Level 2 machen weg schleicht sich irgendwas so nehmen wir hier noch den Panzer irgendwas tarnt sich hier so wir speichern nochmal Sporenkolonie meine Herren gut gut wo können wir noch ein paar machen die losse ich jetzt noch einmal die losse ich jetzt noch einmal was braucht der 112 habe ich also brauche ich 1200 Ziemlich hardcore Minerali habe ich auch bald Kenny mehr sehr schön so Griecher Kolonie erst mal hier mein Bau ein bisschen ausbauen ich warte nur drauf ja der ist erschöpft auch toll was denn noch alles gut ja schon klar jetzt könnte ich aber eigentlich folgendes mache was denn noch was ich ja